Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal und heute testen wir mal was weil ich habe in meinem Schrank so ähm mein Schrank ist alles durcheinander und ich hab da was gefunden und zwar Rock Arsch da kann man Steine anmalen oder so das soll anscheinend irgendwie so aussehen äh ja und das werden wir jetzt mal ausprobieren ok Leute wundert euch nicht, dass hier jetzt irgendwie noch so was steht und das Ding da ja egal wir fangen jetzt einfach mal an ja und zwar oh Gott müssen wir jetzt erstmal aufbekommen das ist noch zu weil ich es noch nicht gemacht habe ich hab das schon voll lange aber ich hab das noch nie gemacht oder auch noch nie ein Video dazu irgendwo gesehen äh äh ja keine Ahnung oder kein Plan oh Gott klar schneid ich mir erst mal vor den Fingern ne was nicht zu glücklich Leute wir sehen uns gleich wieder wenn ich das aufgeguckt bekommen habe ok Leute es ist offen und ich mach das jetzt einfach mal so weil ihr müsst mich ja hier nicht sehen so und zwar haben wir hier so hä da gibt es nur noch die Farben das ist ja voll der Müll naja gut und wir haben Müll und wir haben Steine die wir anmalen können und äh eine Anleitung aha aha ok Schritt 1 das Ding anmal eine Stunde trocknen lassen nein das ist keine Stunde trocknen ich zieh noch gut vielleicht lass ich es doch eine Stunde trocknen aber ja wir werden es probieren wenn es dann später nichts wird wenn ich eine Stunde meines Lebenslugangs für sowas verschwendet habe und Wackelaugen oh cool ein toter Pinsel ähm nochmal diese Farben da und oh ich bin voll die Blutiglante guck hier kann man sich auf die Lippen schmieren ne das ist einfach nur Glitzer glaube ich äh dann haben wir hier so einen Eisstiel hinten dran und aufnehmen oder so da man soll die da irgendwie so keine Ahnung was machen äh kann man sich nochmal ein bisschen Glitzer umranden ok interessant interessant ja gut welchen Stein nehmen wir wir nehmen mal den fetten ja ok kann man alles kurz zur Seite tun ich würd mal sagen wir machen den mal in Türkis weil Türkis ist ne coole Farbe das ist einfach schon fast da eng getrocknet was ist muss ich mal die Farbe irgendwie anrühren das steht da nicht also wir schauen wir mal auf die Pinsel ohhh alter was ist das denn für ein Müll muss ich da muss ich da vielleicht irgendwie mir doch selber einen Pinsel kaufen hä was ist das denn bitte von Gott das sieht voll aus wie der größte Rotz naja gut es geht ich hab ihn jetzt ich hab ihn jetzt fast dem in die Pinsel gemacht so auch gestört ähh ja cool was bitte soll das ok ich mach das jetzt mal kurz also ich pinsel jetzt mal die eine Seite fertig dann sehen wir uns gleich wieder immer schön in eine Richtung pinseln ok wir haben jetzt die eine Seite schön angemalt und ja ich hoffe das wird jetzt toll es kann aber nicht sein dass es eine Stunde zum trocknen braucht ich bitte euch also was soll das denn sein wenn es so lange zum trocknen braucht was ist das denn für eine Farbe für eine dumme Mensch jetzt hat's hier also oh mein Gott nein das ist an meinen Händen ähh lass es jetzt trocknen wasch mir die Hände und dann bis gleich bin zurück vom Händewaschen bis es schon trocken bitte nein ok ich weiß nicht was soll ich denn hier jetzt bitte machen ja wir haben hier so komische Sachen vorgegeben und naja komm eigentlich scheiß drauf was ist das sagen wir können die keine Worte darin schreiben oder machen da jetzt einfach so einen cuten pinken Fischi Moment hä was ist das denn bitte mal kurz mal kurz mal kurz mal kurz mal kurz warte was wie soll das denn und so hä 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 was was stell ich mich gerade so dumm an oder ist das so dumm Moment... Na, was soll denn diese Zeichnung bitte mir hier sagen? Hä? Muss ich da dran rum... Wuschel, wuschel machen? Hä? Bitte, was? Äh... Warte... Guck mal, das ist genau der gleiche Fisch. Und ich mache jetzt so, ich bewege dieses Teil jetzt hin und her, ja? Oh, jetzt wird das gar nicht, ey. Was bin ich denn für ein Fail? Einzige, was ich erreiche, sind Kratzer. Ich weiß nicht. Na übrigens, wunderte ich nicht, warum meine Nägel so komisch aussehen. Ich habe vorhin so ein Schleim gemacht und da war irgendwie Kleber, musste da halt dabei sein. Und dann habe ich den Kleber halt irgendwie auf meine Händchen bekommen. Dann hatte Kleber den Nagellack irgendwie ein bisschen abgerissen. Oh Mann, was soll das denn bitte sein? Was bist du? Hä? 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 Was bist du eigentlich schon? Der ist... Der wird immer hässlicher. Naja... Okay. Wir malen da jetzt noch eine Sonne hin. Komm, weil wir so... Weil wir so toll sind. Gehen jetzt... Weil wir nämlich so toll sind, gehen wir jetzt auch mit einem blauen Pinsel hier oben. Aber nur hier oben. Weil das ist ja nicht einfach. Oh Mann, wir sind Sonne hin. Oh... Ist das schön. Wenn man so kreativ guckt. Oh, das ist wundervoll. Soll ich noch eine Wolke hinmachen vielleicht? Soll ich... Ne. Ich muss aber noch strahlen. Sonst ist hier ganz traurig, weil die nicht strahlt. Wurdu. Pssst. Okay, das... Ah... 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 Vielleicht mal auf eine Seite Strahlen machen sollen. Aber gut. Okay. Ja, was für eine Stunde zum Trocknen bitte. Das ist ja jetzt schon fast trocken. Ich war mir nur kurz die Hände waschen. Was? Egal. Wir haben jetzt hier noch eine wunderbare Sonne. Und... Ja. Ist doch cool. So. Ey, jetzt geht doch auch zu, Mann. Es sieht aus wie diese... Moment. Ich muss mal kurz schreiben. Ähm. Es sieht aus wie diese... Hier. Ihr wisst bescheid. Diese... Malen nach zahlen. Dinger da. Was ist das bitte? Wie gehen die Teile ab? Die Dinger reizen mich. Ach! Was soll das sein? Tattoo oder was? Was? Ach guck. Ein Stück Wal. Jetzt liegt das Stück Wal auf dem Boden. Schau. Wir haben uns eben rausgeformiert. Aber was soll das denn bitte? Ja gut, abholen kann ich definitiv nicht. Das wird doch kein Tattoo sein. Ich bin vollkommen überfordert. Und verwirrt. Und alles. Aber... Ja gut. Normale Sticker werden auf dem Stein nicht halten. Aber was... Was soll das denn bitte? Ich... Ich kapiere das gar nicht. Moment. Also. Ich komme jetzt hier hin. Und dann... Ah. Mann. Das... Jetzt sollte ich anscheinend den großen Erfolg haben. Sie hat halt leider gar nichts Gottes. Und dann... Nein. Och Mann. Was bitte? Eigentlich mache ich ja nur alle Fische kaputt. Muss ich die ausschneiden oder so? Hä? Boah. Ich glaube wir mischen uns jetzt einfach grün und dann lassen wir die Sticker Sticker sein. Und... Dann sind wir einfach grün als die Sticker. Und dann... Jetzt kriege ich die Farbe nicht mehr auf. Und dann... Ich glaube... Ich bin bekloppt. Alter. Ihhh. Ist kein grün. Oh Mann. Ich kann nicht mal Farben mischen. Das ist grün. Ja. Ich habe grün hergestellt. So. Und dann. Das Meer muss mir hier gar nichts sagen. Das ist ein Naturstein. Okay. Okay. Gut. Meer ist auch Natur. Das ist halt ein Grünpflanz-Futstein. Ja? Ein Grünpflanz-Futstein. Da gibt es so was mit. Oh. Es ist so schön. An ein Schaf traue ich mich jetzt nicht mehr dran. Aber... Ja. Wir haben auch noch Weiß. Wir können natürlich noch Weiß machen. Irgendwie was. Alle Kinder auch zu klatschen. Da draußen auf der Straße klatschen. Ich weiß auch nicht. Okay. Leute. Nach jahrelanger Ausreifung haben wir es geschafft. Unser Stein. Er ist wundervoll. Er ist schön. Ich werde ihn mir jetzt... Ähm... Ich werde ihn mir jetzt... Äh... Ich werde ihn jetzt in den Müll schweißen. Nö. Werde ich nicht. Gut. Leute. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Ich habe noch zwei andere Steine. Ne. Also. Wir können davon gerne noch einen zweiten und dritten Teil machen. Wenn ihr es wollt. Wenn ihr es wollt. Dann. Gebt mir einen Daumen nach oben. Oder schreibt es mir in die Kommentare. Hier ist schon mein neuer Freund. Äh... Er ist... Ähm... Wie nennen wir ihn? Ihr könnt mir auch mal Namensvorschläge für ihn hier in die Kommentare schreiben. Könnt immer noch Haare oder sowas machen. Aber also. Ich finde ihn toll. Ja. Findet ihr ihn? Er ist gut. Bis dahin Leute. Tschüss. Tschüss.